BORDER ALLEIN Das Hörbuch eines Depressiven Von und mit Sven Triggerwarnung! Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit BORDER ALLEIN! Herzlich Willkommen zu BORDER ALLEIN! Folge 47? 47, jawohl, ich glaub ja. So, Kaffee in der Hand, Freitagstalk. Und zwar hatte ich gestern meine erste Hypnosesitzung. Und ja, ist zwar jetzt schon die dritte Folge die Woche, aber ich wollte euch davon berichten. Ich wollte euch daran teilhaben lassen. So, Mikro an die Schnauze. Kaffee in der Hand, läuft. Moment. So, dampfe auch in der Hand. Immer noch rauchfrei, im Übrigen. Seit über einem Monat jetzt. Nur mal so am Rande. Alle mal klatschen. Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, stimmt. Hypnose. Hypnotika. So heißt die Folge heute. Ich hätte das vorher gar nicht für möglich gehalten, beziehungsweise andersrum. Ich hab an diesen, in Anführungszeichen, Unfug nie so wirklich geglaubt. Und ich hab immer gesagt, so, ah, Hypnose, wenn man sich dagegen wehrt, dann klappt das nicht. Beziehungsweise wenn man da nicht dran glaubt und so weiter und so fort. Und, na gut, gestern im ersten Teil der Therapie ging es halt darum, dass man halt das Erlebte dieser Woche nochmal so ein bisschen aufgearbeitet hat. Und noch so den einen oder anderen Skill, beziehungsweise den einen oder anderen Ratschlag bekommen hat, wie man vielleicht präventiv gegen irgendetwas entgegenwirken kann. Und, ja, waren auch wirklich gute Sachen dabei. Und ich merkte aber schon, oder ich hatte es irgendwie im, ich hatte es, wie sagt sie immer so schön, ich hatte es in der Pisse. Äh, dass irgendwas kommt, was ich nicht kenne, beziehungsweise von dem ich befürchte, dass es kommt. Ich hatte jetzt gestern allerdings gedacht, dass es schon das EMDR-Verfahren ist, aber es war Hypnose. Jetzt muss ich dazu sagen, es war jetzt keine Tiefenhypnose. Also es war jetzt nicht so, dass man hier, du wirst langsam müde, zack, du bist weg. Aber es war ganz nah dran. Und zwar ging es gestern dann darum, dass ich gewisse, gewisse Negativerlebnisse aus der letzten Zeit, vor allen Dingen, wo ich nicht so wirklich in der Lage war, die irgendwo mal beiseite zu schieben. Die verfolgt mich eigentlich einfach den ganzen Tag. Ihr kennt das, wenn euch Gedanken beherrschen und ihr kommt da, ja, ihr kommt da nur ganz schwer gegen an. Ähm, so. Und dann sagte meine Therapeute zu mir, okay, sind sie denn bereit für, ähm, ah, wie heißt das? Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Verzeiht mir bitte, ähm, ich komme gerade nicht drauf. Naja, jedenfalls, unterm Strich, wollen sie pennen. Naja, so ungefähr. Und, ähm, ich so, ja, klar, natürlich. Ähm, selbstbewusst, wie man ja nun mal ist. Und ich denke so, ach, du ahnst es nicht. Naja. Gut, dann, äh, in dem Fall dreht sich die Therapeutin immer so ein bisschen von euch weg. Und, damit dieser direkte Blickkontakt nicht mehr herrscht. Ja, und es fängt langsam an. Äh, man, äh, soll sich dann halt spüren. Die Therapeutin, äh, erzählt Prinzip Schritt für Schritt, ähm, was man zu tun hat. Das Geile daran ist, das, das verwundert mich immer wieder. Ich meine, gut, jetzt haben die Erfahrungswerte, aber trotzdem. Das Geile daran ist einfach, wenn man dann so, äh, den Worten lauscht, dann denkt man so im, äh, wenn man die Augen, man sagt, ich hab die Augen geschlossen gehabt. Und man denkt so, naja, gut, aber das und das klappt jetzt nicht. Und dann, just in diesem Augenblick kommt dann von der Therapeutin so, auch wenn das und das nicht klappt, es ist nicht schlimm. Man kann es dann so und so machen. Ich denke so, okay. Also sie leitet oder, äh, der Therapeut oder die Therapeutin leitet einen wirklich und wahrhaftig in diese, äh, in diese, äh, wie soll ich sagen? In, in diesen, in diese Reise in, äh, in sich selbst, sag ich mal. Ja? Äh, in die Reise in sein Unterbewusstsein. Ähm, so. Und, äh, man spürt unweigerlich, unweigerlich, ich kann euch ein gutes Beispiel nennen. Und zwar gestern, irgendwann kam dann der Punkt, achten Sie auf Ihre Atmung. So, das hatte ich die ganze Zeit schon so, ähm, ganz bewusst irgendwie mitbekommen, äh, dass ich aus dem Bauch atme. Und sie sagte dann so, atmen Sie durch die Nase ein und aus, ne? Also, das, was Sie einatmen, ist kälter als das, was Sie ausatmen. Und ich denke so, ha, ich atme aber durch den Bauch. Und dann kam der nächste Satz. Sie können auch, Sie spüren, wie sich Ihre Bauchdecke hebt. Sie atmen durch den Bauch. Das ist auch okay. So ungefähr, wisst ihr. Und ich denke so, echt jetzt? Was soll denn die Scheiße hier? Da war ich doch endlich mal dagegen. Und ja, da war auch der Punkt erreicht, wo man sich dann auch wirklich, wirklich komplett drauf einlässt, weil man einfach merkt, dass alle, dass alle, dass alle so, dass alle Kontrast, die man so hat, dass die, äh, ja, mit einbezogen werden. Dass die nicht außen vor gelassen werden oder dass man irgendwas nicht machen darf oder denken darf, ähm, ähm, sondern dass das alles einfach mit einbezogen wird. Und das schafft auch jede Menge Vertrauen, sage ich ganz ehrlich. Und führte dann im, äh, schlussendlich dazu, dass man sich wirklich komplett darauf einlässt. So, und dann ging es gestern darum, äh, sich einen, wie soll ich sagen, einen inneren Tresor zu schaffen. Beziehungsweise ein, ein Behältnis, in den man seine Gedanken packen kann. Das, was der normale Mensch sowieso kann, wo er sagt, so, okay, komm, da denke ich später drüber nach. Das ist ja für uns, ich sag mal, mit Verlaub, nicht ganz so einfach. Das ist eher so, das macht uns alle. So, jetzt hatte ich die letzten Tage genug Ereignisse und Erlebnisse, ergo auch Gedanken, die mich wirklich extrem und hart beschäftigt haben. Extrem hart. Und, ähm, das hatte sie in dem Vorgespräch rausgefiltert. Das habe ich erstmal gar nicht gemerkt. Das macht die gute Frau ganz geschickt. Falls Sie das hören, Frau K., danke dafür. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, im Groben ging es darum, sich ein Behältnis zu schaffen, in dem man seine Gedanken reinpacken kann und auch abschließen kann. In meinem Fall war es ein, ich nenne es mal der innere Tresor. Und man wird ganz bewusst in, in ein Szenario geleitet, ähm, also wo man auch wirklich die ganze Zeit der Stimme der Therapeutin zuhören muss, oder zuhört automatisch, weil man selber ja den Weg dahin gar nicht kennt. Und, äh, sie natürlich so ein bisschen, das ein bisschen pauschalisiert, so stellen sie sich vor, sie gehen eine Treppe hinauf in einem großen Gebäude und so. Für mich war es aber direkt, äh, ein ganz anderes Szenario. Ich kann das hier auch gerne teilen, weil, äh, das auch überhaupt nicht schlimm ist. Und zwar war ich mal vor einem Jahr, ich war zwar dieses Jahr auch an der Mosel, aber vor einem Jahr war ich an der Mosel und hab da so ein, so ein, äh, so ein Templerkreuz besucht. Und da ging es halt durch so einen Wald und da ging es einen ganz tollen Weg her. Und, ähm, in, in der Nähe dieses Templerkreuzes stand auch so ein, so ein, so ein, so ein Tempel, so ein ganz kleiner Tempel. Wer meine Internetseite, ähm, kennt, also nicht die Borderline, sondern die von meiner Kampfsportschule, äh, da sind, glaub ich, die Fotos drauf, wo ich in diesem Tempel bin. So, der ist nachbearbeitet worden mit meinem, mit meinem Logo. Aber das ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls war dieser Tempel für mich ein unheimlicher, auch jetzt im Nachgang immer noch, ein unheimlich ruhiger Ort, ein unheimlich, äh, emotionaler Ort und, und ein Ort, wo ich, da haben wir an dem Tag, ich weiß es gar nicht, wir haben lange Zeit da verbracht. Und, äh, ich erinnere mich auch so gerne an den Ort, weil am Rückweg habe ich jemanden getroffen, der hat mir einfach Fleischwurst geschenkt. Und das war so geil, ich esse für mein Leben gerne Fleischwurst. Und, äh, also statt Fanpost, äh, nackt, hier, nassens, äh, schlüppern und so weiter und BHs, schick mir lieber Fleischwurst. Hahahaha. Ähm, so, aber dieser Ort hatte irgendwas ganz Animalisches für mich. Und dieser Ort war dann auch gestern, äh, sofort in meiner, äh, ja, in meiner Gedankenwelt. Und, ähm, und in diesem Tempel steht jetzt mein Tresor. Punkt. Und als es dann darum ging, die, äh, die ganzen Gedanken dort einzuschließen, hat man diesen Tresor auch direkt bestückt. Und zwar habe ich meinem Tresor einzelne Fächer gegeben. Und, äh, in jedes Fach kam ein Gedanke. Oder eine, äh, eine Erinnerung oder, ähm, ja, sucht euch irgendwas aus, wie ihr es bezeichnen wollt. Für mich war es ein Gedanke, der mich jetzt halt seit Tagen beschäftigt. Gedanke 1, der ganz, ganz oben auf meiner Gedanken-To-Do-Liste sozusagen steht, äh, kam auch in Fach 1 oder ins oberste Fach. Ja, das, was mich jetzt etwas weniger, aber nicht minder schwer beschäftigt hat, kam dann, äh, eine, ein Fach drunter. So, also nicht einfach, sondern ein Fach. Ähm, und dann kam noch ein dritter, nicht ganz so krasser Gedanke, aber einer, wo ich gesagt habe, okay, der könnte dich wieder beschäftigen, der kam dann halt in die nächste Ablage. Und dann sagte die Therapeutin, so, jetzt haben Sie, äh, jetzt überlegen Sie sich einfach einen Wunsch, den Sie haben. Einen ganz generellen Wunsch, den Sie haben. Und den packen Sie mit in den Tresor. Und ich habe in diesem Tresor den unteren Bereich, also ich sag mal so das untere Viertel des Tresores, also des Tresor-Innenraumes, habe ich freigelassen. Und da habe ich diesen Wunsch reingepackt. So, und dann habe ich, ähm, diesen Tresor abgeschlossen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte damals wirklich einen Tresor, der stand, äh, in einem Keller von mir. Und dieser Tresor steht jetzt halt in diesem Tempel, den habe ich einfach in meiner Gedankenwelt, Herkules-like, äh, aus, äh, aus der alten Wohnung von damals, äh, in diesen Tempel verfrachtet. Also, pff, manche rufen dann Klavierunternehmen für. Das habe ich mal eben so gemacht. Eben Kaffee trinken. Die Stimme ölen. So, jedenfalls, ähm, habe ich dann diesen Tresor mit diesem Schlüssel, den ich, glaube ich, heute noch hier irgendwo rumliegen habe. Ich hatte damals zwei Schlüssel und einen Schlüssel davon habe ich noch. Ich weiß gar nicht, warum ich den jemals behalten habe. Jetzt könnte man natürlich davon ableiten, ich wusste, ich werde ihn nochmal brauchen. Ist natürlich Bullshit. Aber diesen Schlüssel habe ich als imaginär vor Augen gehabt. Also, de facto habe ich dann meinen Tresor abgeschlossen. So. Und dann, ähm, wird man wieder von der Stimme der Therapeutin, ähm, davon weggeleitet, geht den Weg zurück und soll dann im Hier und Jetzt wieder ankommen. Dann macht man die Augen auf und dann stellt man erstmal fest, wie tief man eigentlich weg war und wie lange man braucht, sich da erstmal wieder zu akklimatisieren. Ähm, erstmal wieder zu begreifen, zu raffen. Okay, Digga, da sitzt ihr bei deiner Therapeutin in einem Raum, den ich als absolut sicher und vertrauensvoll empfinde, muss ich dazu sagen. Und die Therapeutin guckt einen so an und sagt, und wie war's? Jupp. Danach ist diese Stunde sofort beendet, weil das, äh, das klingt nach. Das heißt, das, was man da gerade erlebt hat, dass, ähm, das macht durchaus was mit einem, ja. Dann geht ihr erstmal so ein bisschen wie in Trance, geht ihr, äh, also, ich muss immer drei Etagen runtergehen, bevor ich dann zu meinem Auto komme. Ähm, und dann setzt ihr euch erstmal in euer Auto und dann, äh, beziehungsweise, oder ihr sucht euch irgendwo einen Platz, wo man erstmal sagt so, okay, das muss ich erstmal sacken lassen. Und das hab ich dann auch gestern getan. Aber, und das ist das, äh, das eigentlich Irrsinnige in meinen Augen, äh, diese Gedanken waren weg. Die waren einfach weg. Es hat sich dann wirklich nur, ähm, in meinem, in meinem Kopf abgespielt, so von wegen, okay, da steht jetzt der Tresor. Ich weiß genau, wo er steht, ich kann da jederzeit hin. Ich war komplett überrumpelt nur, ähm, über diesen Gedanken, dass meine Gedanken, die ich abgelegt habe, weg sind. Und jetzt kann ich euch ehrlich sagen, natürlich, äh, wenn ich jetzt ganz intensiv dran hätte gedacht, ja, so wie ich das jetzt gerade tue, Aber, diese Gedanken liegen in diesem Tresor. Ich komm da gar nicht dran. Ich komm da tatsächlich nicht dran. Das ist auch kein Bullshit, den ich euch hier erzähle. Selbst wenn ich jetzt versuche, dran zu denken, an das, was ich in den Tresor gepackt hab, wohlgemerkt, komm ich da gar nicht hin. Ich weiß genau, ich muss erst zu dem Tresor gehen und den öffnen. Das tue ich aber nicht. Es ist irrsinnig, Leute. Ich weiß auch, dass der ein oder andere jetzt denkt so, Bruder, du hast sie nicht alle. Ja, ähm, natürlich muss man an die Dinge glauben. Natürlich muss man sich darauf einlassen. Aber ich sag euch eins, wenn ihr das tut, die Sache funzt. Die Sache funzt wirklich. Ja, ähm, und das war für mich gestern so ein ganz prägnantes Erlebnis, wo ich sag, Boah, Digga, das klappt wirklich. Das hat wirklich... Direkt nach der Therapie hat das funktioniert. Das mit dem inneren sicheren Ort zum Beispiel, das hab ich euch ja auch erzählt, äh, in einer der letzten Folgen irgendwann. Das klappt noch nicht so gut, weil ich den für mich noch nicht so, so, ähm, ja, so präsent habe. Ich muss allerdings dazu sagen, auf dem Rückweg gestern von dem Tempel, wo jetzt der Tresor steht, zurück durch den Wald Richtung Templerkreuz, hab ich meinen inneren Ort rechts liegen sehen. Ich bin aber nicht reingegangen, sondern dran vorbeigegangen. Das zeigt mir unterm Strich nur, dass, ähm, dass der noch nicht ganz so, so prägnant für mich ist, dass der innere sichere Ort noch nicht erreicht ist. Ja, das weiß die Psychologin, also die Therapeutin auch und, ähm, die Zeit lässt sie mir auch, den zu finden. Ich soll das zu Hause immer mal wieder trainieren, aber da tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Tresor, Leute, der ist da. Der steht in meinem Tempel, der steht in diesem wahnsinnig tollen Wald und in diesem wahnsinnig tollen Wald. Und jetzt muss ich dazu sagen, in diesem wahnsinnig tollen Wald, man guckt wirklich, man ist so auf 300, ich glaube 345 Meter über, über dem Meeresspiegel. Und die guckt man auch ins Tal, ja. Das heißt, ähm, an diesem Tempel ist so eine, steht so eine Bank. Und wenn man sich auf diese Bank setzt, kann man wirklich runter auf die Mosel gucken. Man sieht die Weinberge und guckt einfach fast 350 Meter in die Tiefe. Also direkt vor einem. Da sind keine Zäune oder so, sondern da geht einfach ein Abhang runter. Und, ähm, ja. Ist einfach eine geile Location, ein geiles Szenario. Und, äh, da, ähm, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. So. Und, ja. Ich sehe gerade, meine Sendezeit ist schon fast wieder zu Ende. Aber, ihr merkt, also, sonst hätte ich auch die dritte Folge diese Woche nicht gemacht. Das hat mich beschäftigt, beschäftigt mich immer noch, aber absolut positiv. Und ich muss dazu sagen, gestern der Tag zum Beispiel, der ist ganz anders verlaufen als die Tage davor. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Eine Therapie hilft euch. Ich habe euch damals angedroht, ich werde das noch so oft sagen. Die hilft euch einfach. Wenn es nur so kleine, kleine Schritte sind. Und, ähm, ich habe viel Kontakt mit verschiedensten Personen. Die einen, die, äh, sind absolut top zufrieden in ihrer Therapie. Die anderen trauen sich nicht, eine zu machen, weil sie ein Trauma haben, wo sie Angst vor haben und so weiter. Ich kann euch nur auf den Weg geben. Leute, es ist sicherlich, sicherlich die richtige Wahl, in eine Therapie zu gehen. Würde ich das nicht tun, würde ich heute hier nicht mehr sitzen. In diesem Sinne, wir haben Kirmes hier in, äh, da wo ich wohne. Ach, ihr wisst doch eh alle, wo ich wohne. Wir haben Kirmes in Hahn. Und, ähm, jetzt geht es die nächsten vier Tage, geht es jetzt, äh, einfach mal darum, alles von sich abfallen zu lassen, Spaß zu haben. Ich schätze, Montag wird keine Folge kommen. Sollte Montag eine Folge kommen, werde ich mich an diese nicht mehr erinnern können, ähm, weil ich der Kirmes wahrscheinlich, ähm, zu viel gefrönt habe und den Bier ständen. Ähm, naja. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Ähm, wann nächste Woche die Folge kommt, kann ich euch noch nicht genau sagen, aber sie wird kommen. Und, äh, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, achtet auf euch. Und, äh, ja, bleibt mir gut gesonnen. Wohlgesonnen. Euer Sven. Ich wünsche euch noch einmal Zeit für sein! Vielen Dank.